Moin moin, meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit Greek Memories of Azur. Ja, weiter geht's, würde ich sagen, mit unseren Quests. Wir haben ja noch ein paar Offen hier. Aktuell, ja, das vermisste Orakel. Finde meine Schwester Adara. Dann zur Festung. Finde den Schlüssel, um das Tor zu öffnen, das zur Festung Lycia führt. Und eine Herausforderung in der Marsch. Erkunde die Geysire in der Wicker Marsch. Ich glaube, da waren wir auch schon. Jetzt gehe ich nochmal hier zu unserem freundlichen Walgor, unserem Schmied. Denn ich möchte mir einmal hier diesen Wettstein kaufen. Denn der erhöht unseren Schaden durch Schwertangriffe für 20 Rubinen. Ne, Rubinen sind es ja eher nicht. Ja, 20 Steinchen. Edelsteinchen. So, ich nehme mal zweimal davon mit. So, die Frage ist jetzt... Ja, meine Tasche ist voll. Die brauchen wir unbedingt. Wir nehmen mal hier einmal so eine Brombeere. Ein widerstandsfähiger Stein, der einer Schwertklinge vorüberging, zu mehr Schaden verhelfen kann. Nehmen wir natürlich mit. So, jetzt weiß ich aber nicht, wie man den jetzt anwendet. Entweder... Achso, aus dem Inventar heraus. Nur ist die Frage, wie lange bleibt das jetzt... Ähm... Wie lange bleibt der Buff auf unserer Waffe drauf? Das werden wir gleich mal sehen. Können wir noch was kochen? Wollen wir noch was kochen? Ja, wir kochen noch was. Wir machen mal hier... Hier draußen eine leckere Suppe oder was. Mal gucken, was da rauskommt. Tadaa! Ein Muffin! Sehr gut, aber unsere Tasche ist voll. Dann werden wir noch mal was kochen. Können wir das? Nein, wir müssen das erst rausnehmen. Lebenspunkte haben wir alle. Wir essen die einfach mal. So, jetzt nehmen wir den Muffin raus. Perfekt. Jetzt haben wir den Muffin drin. Okay. Weil der Jirdrisamen... Jirdsamen... Der... Ja, weil wir den essen, der gibt uns ja keinen Lebenspunkt wieder. Deswegen habe ich den jetzt fix gegessen, damit wir diesen Muffin verstauen können. Wird auch langsam Zeit, dass wir mal unser... Inventarplatz erhöhen. Wir gehen jetzt noch mal runter zu dem Typen hier. Ich glaube... Oder Lynn? Ja, Lynn. Ist das ein Mädchen? Hallo, hast du... Deine Meinung geändert? Möchtest du meine Seemereien sehen? Das würde ich sehr gerne. Aber ich muss jetzt gehen und meine Schwester suchen. Oh, ich verstehe. Wenn du wiederkommst, dann kann deine Schwester auch mit uns spielen. Okay, also... Von denen kriegen wir erstmal keine Erweiterung. Hier müssen wir noch das Rad reparieren. Ich glaube, das kommt später dann noch. Irgendwann haben wir die Fähigkeit, hier Sachen zu reparieren. Aber jetzt erstmal nicht. Ah, vielleicht kann das auch irgendein Geschwisterteil von mir. Vielleicht können die das reparieren. Also ich kann es aktuell nicht. So, dann gehen wir mal wieder hoch hier. Auf geht's. Und dann werden wir... Weiter questen. Und zwar werden wir... Zu Vigimarsch. Da werden wir jetzt hin. Ich weiß gar nicht, ob wir schnell reisen können. Ich gehe mal zu dem Stein hin. Weil wir waren ja schon einmal da. Ich speichere mal eben fix. Wir waren ja schon einmal da. Es kann natürlich sein, dass wir dort auch schon hinreisen können. Dann brauchen wir da nicht hingehen. Mal gucken, was der Stein hier sagt. Das sind die Wasserfälle. Ruinen von Virane. Vigimarsch. Ja, wir können hinreisen. Oder? Nee, können wir nicht. Wir können nur... Ähm, hier. Zum Zindra-Wald. Da können wir uns noch hin teleportieren. Schade. Hier müssen wir leider zu Fuß gehen. Na gut, dann machen wir das eben. Dann gehen wir eben zu Fuß. So, ich probiere aber vorher mal... Genau, wir nehmen mal unseren Wettstein her. Zack. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ah, da oben. Wir haben eine Anzeige. Genau. Oben links. Unter unserem Bild, genau. Da ist eine Anzeige. So lange haben wir jetzt erhöhten Waffenschaden. Das ist gut. Mal gucken. Also der hält schon ein bisschen. Jetzt nicht überschwänglich lange, aber es ist okay. Ich hätte den mal erst nehmen sollen, wenn wir hier uns im Kampf befinden. Oh ja. Oh. Der macht gleich drei... Ja, dreimal... Drei Damage, würde ich mal sagen. Vorher war das ja immer nur zwei. Jetzt macht er drei. Achtung, nehmt Gefahr. Steiler Abhang. Da geht es nicht durch. Hier geht es echt nicht durch. Tatsächlich. Hier kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir mal runter. Oh ja, das macht sie auf jeden Fall bemerkbar. Der höhere Damage. Aber gleich ist er auch wieder weg. Straße nach Katern. Ne, da wollen wir ja nicht hin. Ah, wir gehen mal hier runter. Hier runter. Tasche voll. Da oben ist noch... Oh, jetzt bin ich da voll gegengeleraufen. Ja, hier brauchen wir... ...brauchen wir einen... ...Geschwister-Teil. Weil alleine kriegen wir das nicht hin. Oh, ich wäre fast draufgegangen eben. Genau, da oben haben wir uns das Seil... Ach, jo. Jetzt muss ich erst mal kurz gucken. Seile, das haben wir ja auch schon fertig. Jetzt gucke ich nochmal. Drei Pilze. Das war das Teleskop. Seile. Genau, wir haben mit Taurus ja schon gesprochen. Ähm, Indermarsch. Wigermarsch. Oder war der... War das woanders? Taurus braucht eine flüssige Flüssigkeit, die man aus den Kassieren im Wigermarsch bekommt. War das woanders? Bin ich jetzt, ähm, falsch? Kann das sein? Dass wir falsch sind? Die Augen da hinten. Gruselig. Ich will es nicht hoffen. Weil das war doch der Weg hier, also... ...zu den Wasserfällen. Wir gehen mal hier... Wir gehen mal hier rechts... ...lang. So. Hier waren wir nämlich auch schon. Hier haben wir nämlich die Kiste geöffnet. Genau. Ich würde sagen, den Wettstein, den werden wir anwenden, wenn wir gegen irgend so einen etwas größeren Boss kämpfen werden. Dann werden wir so einen Wettstein vorher... ...vorher benutzen. Okay, ich bin auf jeden Fall falsch hier. Also wir müssen... Wir gehen mal wieder zurück. Wir gehen mal wieder zurück. Vorher esse ich nochmal was hier. Weil dann... Sonst bin ich gleich tot. Wir gehen mal die andere Richtung. Hier muss ich tauchen. So lange können wir keine Luft anhalten. Schnell wieder hoch. Uh. 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 Wir können aber den Pilz noch mitnehmen hier rechts. Wir können nämlich hier da was tragen, so. Dann gehen wir erstmal wieder hier raus. Und versuchen das mal andere Richtung. Gucken wir nochmal die Map an. Aber hier... Hier ist doch die Vigga. Ach, die erreichen wir... Ah, ich weiß. Ich glaube, die erreichen wir hier von... ...vom Zindra-Wald aus. Ja. So war das nämlich. Dann gehen wir mal schnell zurück zu dem Stein. Dann können wir uns nämlich hin teleportieren. Das geht dann auf jeden Fall schneller. Kostet, glaube ich, 20 Steine. Jetzt gucke ich mal. Ne, 10 sogar. Okay, das machen wir. So, Zindra-Wald. Genau. Und jetzt war das, glaube ich, runter. Ah, ich gucke mal. Oder war das hier lang? Ne, 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 ne. Das hier... Können wir nicht entziffern? Das muss hier irgendwo links gewesen sein. Können wir nochmal kochen? Ah, ja, genau. Hier war das nämlich. Hier unten. Perfekt. Weg zur Region Trinja. Vigamarsch. Genau. Hier war das. Perfekt. So, jetzt haben wir natürlich schon was abgeschlossen. Hier, Reise. Reise dorthin. Genau, hier war das. Genau. Reise nach Vigamarsch. Haben wir erledigt. Jetzt brauchen wir drei magische Flakons. Die haben wir ja schon. Die müssen wir nur voll machen. Die haben wir ja schon im Inventar da unten. Die müssen wir jetzt voll machen. So, einmal speichern. Perfekt. So, da tauen wir kaputt. Denn wir können... Hier unten war ja der Schurke, glaube ich sogar. Und gut, dass wir noch einen Wettstein haben. Denn den werden wir gleich anwenden. Wenn diese Schurke... Wenn wir gegen diesen Schurken kämpfen müssen. Ah! Diese kleinen Viecher hier. Wieso macht er den nicht... Er dreht sich immer in die andere Richtung, wenn ich schlagen will. Das ist doof. Das ist doof. Die legen so viele Pfeile rum. Die nehmen wir mal alle mit. Wie viele haben wir denn jetzt? Sechs? Sieben? Acht? So, hier war das. Da ist er nämlich. So, gegen den kämpfen wir jetzt. Schnell einen Wettstein nehmen. Und ich muss auf jeden Fall was essen. Und ich bin gleich tot. Das war knapp. Da oben steht er wieder. Hier haben wir noch ein paar Lebenspunkte. Dem Schloss scheint ein Gegenstand zu fehlen. Das hat bestimmt der Typ hier, der da oben steht. Den holen wir uns jetzt. Ah, er haut immer ab. Das ist aber sein Schatten ist das. Wir müssen den erstmal... Wir müssen erstmal seinen Schatten wahrscheinlich besiegen. Jawohl, ganz viele Pfeile und jetzt kommt er, oder? Oha, das ist ein Bossfight. Komm her. Wir haben gleich unsere... unseren erhöhten Schaden nicht mehr. Wir müssen uns beeilen. Lass uns den noch ein paar Mal treffen hier. Uh, der ist aber... richtig schnell. Der ist richtig schnell. Den treffen wir ja fast gar nicht hier. Bleib doch mal stehen. Ah, jetzt hat er uns getroffen. Jawohl. Jetzt haben wir aber keinen erhöhten Damage mehr. Oha. Komm her, du Schurke, du. Oh, jawohl. Ah, verdammt. Jawohl, wir haben ihn. Was war das für ein Monsterschlag? Der hat ja gleich 22 Schaden gemacht. Kräftig, heftig. Okay, was ist das hier? Silberwappen. Ein antikes Silberwappen. Es dient sicher dazu, die Tür zu diesem Ort zu öffnen. Jawohl. Sehr gut, dann machen wir das. Seelam, öffne dich. So, hier sind noch ein paar Wurzelfrüchte. Die nehmen wir natürlich mit. Und weiter geht's. Schatzkiste. Ganz viele Steine. Oh, wir müssen auftauchen. Uh. Da ist er wieder. Da ist er wieder, der Schurke. Und er trifft uns. Also ist er doch noch nicht ganz tot. Wenn ich das richtig sehe. Hier sind ganz viele Pfeile. Boah, wir haben schon 16 Stück. So, mal gucken. Geheimversteck? Nein. Aber hier ist ein Teleportstein. Sehr schön. Hier könnten wir einmal zum Zündra-Wald. Wir könnten zum Lager uns teleportieren. Das ist sehr gut. Sehr schön. Hier ist ein Speicherpunkt. Einmal speichern. So, können wir irgendwas zubereiten? Ja, machen wir auch. Zweimal Pilze. Einmal so eine Erdfrucht. Und wir haben ein kleines Süppchen. Pilzsuppe. Eine Schale mit heißer Suppe. Riecht köstlich und händlich an zu Hause. Drei Lebenspunkte. Können wir das nochmal machen? Ne, uns fehlt. Uns fehlt was. So, können wir hier reingehen? Nein. Oh, hier ist wieder so ein Symbol. Dieses Siegel sieht neu aus. Halt noch ein wenig durch, Adara. Wir kommen. Wir holen dich. Wir finden dich. Hier ist er wieder. Hä? Jetzt ist er weg. Hier müssen wir wieder durchkriechen. Gehen wir hin. Wir gehen erstmal nach unten. Oha, gefährlich. Oha, gefährlich. Da sind so viele Dorn da unten. Ich hätte da runterfallen. Sehr gut. Speicherpunkt. Oh, hier kommen wir nicht weiter. Schade. Aber hier kommen wir auch nicht hoch. Oha, was ist das da oben? Wir müssen da oben hoch irgendwie. Aber das geht nicht mit unserem Sprung hier, oder? Ne, das schaffen wir niemals. Niemals. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Hm, wie kommen wir hier weiter? Wir gucken uns nochmal die Quests an. Wir müssen immer noch die Flakons füllen. Ach, da kommen wir nicht hoch. Auf keinen Fall kommen wir da hoch. Es muss einen anderen Weg geben. Wir gehen mal nach oben. Genau, wir haben ja noch die Möglichkeit, hier hoch zu gehen. Ha, wie er da hochkrabbelt. Witzig. Aber ich glaube, da kommen wir nur rechts oben raus, oder? Ah, ja. Ich glaube, ja. Komm, geh hoch. Hier sind noch ein paar Früchte. Ja, hier kommen wir nämlich links gar nicht weiter. Oder, achso, wir kommen hier noch hoch. Das ist natürlich gut. Hier ist noch eine Kiste. Mit einem Wetzstein. Perfekt. Perfekt. Wir essen mal... Erst mal diese Frucht, dann nehmen wir den Wetzstein mit. Das ist sehr gut, falls der Spurk nachher wiederkommt. Ah, da kommen wir nicht hoch. Schade. Ah, da ist er. Uh, da ist er. Da ist er wieder. Äh. Vielleicht müssen wir den ja sogar besiegen. Damit wir hier irgendwie weiterkommen. Mal gucken. Ah, jetzt bin ich tot. Das war so nicht geplant. Fortsetzen. Na klar. Na klar. Aber vorher kochen wir uns hier noch was. Nee, das geht gar nicht. Das geht nicht. Dann nehmen wir das mal wieder raus. Dann nehmen wir das mal wieder raus. Und wir essen mal diese Frucht hier. So. Ich hab das Gefühl, als wären wir gegen diesen Schurken kämpfen müssen jetzt. Da ist er nämlich wieder. Nein. So, wo bist du? Wo bist du? Zeig dich. Zeig dich. Ah, er trifft mich im Flug. Das gibt's gar nicht. So, wir essen schnell was. Einmal das Süppchen. Das ist echt schwer, gegen ihn zu kämpfen. Wir könnten natürlich auch. Jawohl, wir haben ihn. Wir haben ihn. Hat aber nichts gebracht. Hat nichts gebracht. Er ist zwar jetzt weg, aber... Wir gehen nochmal hier lang. Wir gehen nochmal hier durch. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Hier ist noch ein Pfeil. Den nehmen wir natürlich mit. Na, wir kommen da aber nicht hoch. Wir speichern nochmal. Wir kommen hier nicht hoch. Mal gucken, was wir noch an Quests haben. Um zu Fest und zu Lycia zu kommen, muss ich den Schlüssel für das Tor finden. Eine Herausforderung in der Marsch. Ja, genau. Hm. Brauchen wir da uns schon unsere Schwester für eigentlich? Ach, wir können hier runter. Wir können hier runter gehen. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Und hier ist nämlich schon so ein Rad, wo wir dran drehen können. Ah, verstehe. Jetzt muss ich nur... Ei. Sehr gut. Komm weiter her. Achso. Na gut, das schaffen wir von hier aus auch. Perfekt. So, jetzt drehen wir das hier. Jetzt müssen wir das Licht nämlich einfangen. Glaube ich. Nee, dazu müssen wir erstmal das Rad dort oben drehen. Kommen wir da eigentlich hin? Ja, da kommen wir hin. So, das drehen wir. Ah ja, ich hab schon gesehen. So, noch einmal hoch. Loslassen. Wir müssen den noch ein Stück weiter... So vielleicht. So vielleicht. Vielleicht reicht das auch schon. Ah, nicht ganz. Oder? Doch, es passt. Es passt. Perfekt. Ah ja, das war klar. Dass wir jetzt da nicht weiterkommen. Schade. Aber hier unten ist Kiste. Was willst du? Geh weg von mir. Ganz viele Steinchen. Wieso kommen wir hier nicht hoch? Wir kommen da nicht hoch? Das gibt's ja gar nicht. Die ist nur gekocht essbar. Können wir den Pilz denn so essen? Ja, den Pilz können wir so essen. An den Steinen können wir hier auch nichts machen. So, ich versuche jetzt mal, dort oben hinzukommen. Dort oben rauf. Das kann ich aber auch anders machen, indem ich hier hochkledere. Sehr gut. Hier noch ein paar Früchte mit. Und hier ist schon das nächste Rad. Was wir drehen müssen. Und hier ist wieder so ein... Oh, so ein Schurke. Ah, ich glaube da hinten füllen wir unser Flakon auf. Das habe ich gerade gesehen. Ich nehme mal, ich nehme mal unseren Wetzstein. Den habe ich gar nicht. Den konnte ich gar nicht aufnehmen. Na toll. Das mache ich gleich. Erstmal will ich diesen Schurken hier töten. Ah, ich habe ihn. Sehr gut. Sehr gut. Ich muss erst ein Gefäßchen stellen, das ich füllen kann. Ah ja. Das machen wir doch. Geht das nicht? Ach doch, jetzt. Und jetzt pumpen. Nice. Und da kommen gleich die nächsten... Feinde. Okay. Tasche voll. Ach, ich kann das gar nicht nehmen. Ähm... Nur gekocht, Essbar. Oh. Ich habe mich selber getötet. Nein. Ähm, ja. Woher soll man das auch wissen, dass man da gleich stirbt? Nein, jetzt bin ich hier wieder. Oh Mann. So, dann kochen wir das mal, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Kann da nicht stehen Gefahr? Oder irgendwie sowas? Wenn man das isst, dann stirbt man. Kadima Crab. Oh, Kadima Crab. Ein köstlicher, ein Azur, beliebter Nachtisch. Stell drei Lebenspunkte wieder her. Perfekt. Sehr gut. So. Also das Ganze nochmal. Wir können auch hier erstmal lang. Hier rechts. Hier können wir nämlich schon ein Gefäß füllen. Oh ja, da kommen Feinde gleich. Junge, Junge, Junge. Nein, jetzt bin ich wieder tot. Das gibt's doch gar nicht. Okay, nochmal. Fläschchen unterstellen. Flakon, besser gesagt. Und jetzt kommt her. Uh, sehr gut. So. Genau. Jetzt haben wir schon mal eins, oder? Nein, wir essen mal den Pils. Wir essen mal den Pils. Jetzt können wir es aufnehmen. Genau. Ein magisches, ein magisches Fläschchen. Mit einer flüchtigen Flüssigkeit da drin. Sehr gut. Das ist kaputt. Okay, das ist kaputt. So, am besten. Ich gehe nochmal speichern vor. Bevor wir hier unten weitermachen. Sicher ist sicher. Wir können uns nochmal hier so einen Trank machen. Besser gesagt, so ein Crêpe. Okay. Okay. Gut. Gut, gut. Dann versuchen wir mal hier. Oh, nein. Ich springe hier genau runter. Das war nicht so gut. So, den Stein dorthin. Was mache ich denn? Was mache ich denn? So, jetzt. So, den hier. So, ne? So ungefähr. Jawohl. Hier unten war noch eine Kiste. Die machen wir natürlich auf. Ah, jetzt komme ich hier hoch. So, jetzt gehen wir hier gleich hoch. Und kämpfen wir erstmal gegen den Schurken hier. Wo ist denn der? Komm hier. Wir dürfen ihn gar nicht zum Schießen kommen lassen. Das ist am besten. Jawohl. Weg mit dir. Jetzt füllen wir unseren Flakon her. Unseren zweiten. Perfekt. Perfekto. So, jetzt können wir den nehmen. Zwei von drei. Sehr schön. So. Jetzt geht's mit dem Licht hier los. Einmal hier hoch. So, lassen wir das mal. Ist er wieder da? Das gibt's ja gar nicht. Der ist wieder da. Ja, den müssen wir erst killen hier. Nein. Wir dürfen ihn nicht schießen lassen. Yes. Yes. Und jetzt müssen wir den hier oben. Wo muss denn der eigentlich hin? Ach ja. Ich glaube, das passt schon, oder? Ja. Sehr gut. 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 Oh, hier sind ganz viele Schmetterlinge. Da ist sie auch schon. Adara? Krieg. Krieg. Du bist es. Oh. Sie haben sich wiedergefunden. Wie süß. Mein Lebenslicht fühlte sich schwach an ohne dich. Dem Licht sei Dank. Dir geht es gut. Was machst du hier, Adara? Ich bin deinen Zeichen gefolgt. Ich konnte dich in meinen Träumen sehen. Hast du dafür gesorgt? Hast du das von dem Orakel gelernt? Ja, kleiner Funke. Ich zeige dir, was ich alles von den Orakeln gelernt habe. Ich hatte gehofft, dich hier zu finden. Es war ein weiter Weg hierher. Ich wusste, dass du in der Nähe bist. Ich kann Rydels Licht spüren. Er sucht uns. Rydel? Hast du irgendwas von ihm gehört? Nicht wirklich. Ich würde ihn gerne wissen lassen, dass es uns gut geht. Aber ich kann meine Vision noch nicht kontrollieren. Wir müssen ihn finden. Denkst du, du kannst mit ihm Kontakt aufnehmen? Ich weiß es nicht. Aber ich versuche es weiter. Aber zuerst müssen wir einen Weg finden, von hier zu fliehen. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal Schluss an dieser Stelle. Und machen im nächsten Let's Play weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.